hallo zum nächsten video der berufsschule 7 in diesem video wollen wir uns die sogenannte ereignisgesteuerte prozesskette oder kurz epk mal ein bisschen genauer anschauen das mag jetzt in der praxis nicht ganz so häufig gefunden werden dieses ding aber es wird doch gerne mal in der prüfung gefragt und dann ist es grund genug uns mal ein bisschen damit zu beschäftigen zielgruppe ist ja im wesentlichen die fachinformatiker der 11 und 12 klasse und wie immer alle interessierten gehen wir mal die elemente der epk kurz mal durch wobei ich muss es dazu sagen ich werde hier nicht nur die epk sondern auch die erweiterte epk also die erweiterte ereignisgesteuerte prozesskette anschauen das ist einfach so dass noch ein paar zeichen dazu erfunden worden und dann hat man das einfach kurzerhand epk oder erweiterte epk genannt die ersten elemente gehören zur normalen epk und dann so gegen ende des videos schauen wir uns noch ein paar erweiterungen an so wir beginnen mit dem ereignis also das event ja und das wird in so einem sechseckigen kasten dargestellt und wird auch gerne mal eingefärbt ist meistens rot und ich werde ganz am ende noch ein beispiel prozess mal zeigen und dort werde ich das auch mit der farbe machen aber hier für die weiteren erklärungen bleibe ich bei weiß das ereignis benötigt keine zeit also es ist einfach da ist also dort passiert keine weitere handlung sondern es tritt einfach nur ein in null zeit dann ist es so dass es passiv ist zwangsweise weil es ja auch keine zeit hat irgendwas zu tun ja man spricht davon dass das ereignis keine entscheidungskompetenz hat das wird dann gleich wichtig bei den verzweigungen im wesentlichen formuliert ist einen zustand von irgendetwas ja was auch immer das kann ein dokument sein das kann eine person sein egal entscheidend ist es ist ein zustand der damit formuliert wird dann hat das ereignis einen eingang und einen ausgang wobei da muss ich jetzt noch ein bisschen einschränken das anfangs ereignis hat nur einen ausgang und das endereignis nur einen eingang und zu guter letzt bei der benennung ist es ganz hilfreich einfach zu sagen ich versuche irgendwie das wort ist oder sind einzutragen und dann hilft es eben es auch korrekt zu benennen also zahlung ist eingegangen und damit haben wir den zustand entsprechend auch ganz sicher eben auch formuliert das ist keine zwingende regel aber wie gesagt es hilft das nächste element ist die sogenannte funktion in einer funktion passiert was und das wird dann eben in so ein kasten mit runden ecken eingezeichnet sofern es sowas wie runde ecken überhaupt gibt und auch hier gibt es eine farbe die typischerweise verwendet wird das grün und ja wie gesagt auch hier gilt für die erklärung dass ich jetzt erstmal weiß das finde ich ein bisschen besser zu erkennen auf dem video nun die funktion benötigt eine gewisse zeit für die ausführung ja also das ist nicht nullzahl sondern da passiert wirklich was und deswegen ist sie auch aktiv also sie hat eine entscheidungskompetenz und weiterhin formuliert sie jetzt eine aktion oder eine tätigkeit die dann mit dieser mit dieser aktivität natürlich einher geht dann hat sie auch einen eingang und einen ausgang nachdem eine funktion hier am anfang einer kette steht bleibt es auch so dort gibt es keine ausnahmen und von der benennung her ist es so dass man üblicherweise ein substantiv plus infinitiv verwendet also zahlung prüfen und wenn man das wenn man sich einfach an diese regel hält dann passiert auch nichts oder kann man keine großen fehler bei der benennung machen wir werden dann später noch sehen dass wir dann noch hinterlegen können werden diese aktion ausführt und was da alles passiert aber für das erste erreicht uns das jetzt erstmal und jetzt wollen wir diese elemente irgendwie in zusammenhang bringen sprich wir wollen sie verketten es ist ja eine prozess kette und eine kette zeichnet sich dadurch aus dass sie immer mit einem event beginnt ja also eine es gibt keine kette keine epk die mit einer funktion beginnt sind immer events dann endet sie auch immer mit einem event sowohl der anfang auch als auch das ende kann bei unter prozessen noch mit wegweisern verbunden werden aber das gucken wir uns dann bei der beispiel implementierung dann nochmal an das eigentlich funktionale event ein element wird auch dort immer das event sein das am anfang und am ende steht dann ist wichtig eine epk hat niemals zwei events direkt nacheinander ja also es ist immer ein event und danach folgt eine funktion und gleiches gilt für die funktion es gibt nie zwei funktionen nacheinander es gibt immer ein ereignis dann eine funktion dann ereignis funktion und so weiter und die elemente verbinden wir dann mit pfeilen das sind gestrichelte linien mit einem offenen pfeil und man nennt das kontrollfluss und damit ist die einfachste und die kleinste gültige kette ebenso was ja ich habe einen anfang und ein end event unter in der mitte eine funktion also kleiner geht es nicht weil dann würde es eben diesen regeln widersprechen die nächsten wichtigen element die wir hier brauchen für die epk sind die konnektoren oder die verknüpfungen und da kommen ein paar sachen wieder ins spiel die wir aus der normalen logik auch kennen und wir haben hier zum beispiel die und verknüpfung die wird hier mit diesem und symbol was wir vielleicht aus der mengenlehre oder mathematik schon kennen kurze merkhilfe das logische und mit diesem symbol ist unten offen gut dann wo es und gibt gibt es auch ein oder die oder verknüpfung ist entsprechend andersrum und hier kann man sich merken sie ist oben offen und das nächste wichtige element ist das x-ohr hier steht jetzt ein x-ohr drin für die klärung das sieht man am häufigsten es gibt aber auch manchmal so ein kreuz und damit wird dann das x von dem x-ohr modelliert aber meistens steht wirklich x-ohr drin es gibt auch beim und oder auch manchmal die situation dass wirklich and und or drin steht aber meistens ist genau so wie wir es hier sehen gut was können wir jetzt hiermit machen wir können mit diesen logischen elementen pfade zusammenführen zu einem einzigen pfad also hier drei pfade führen zu einem pfad oder ein pfad führt zu drei pfaden das sind die einzigen möglichkeiten die wir haben oder es müssen nicht nur drei sondern es können zwei oder noch mehr vier fünf sein egal aber in der regel sind zwei oder drei gut wir konzentrieren uns jetzt als allererstes mal auf die situation dass mehrere pfade zu einem zusammengeführt werden wir haben jetzt hier in dem oberen bereich also über dem dem connector über dem logischen und drei ereignisse zahlung ist eingegangen ware ist verpackt und der lieferschein ist vorhanden wenn ich jetzt diese drei pfade mit einem logischen und verknüpfe dann bedeutet das dass alle eingangs events eingetroffen sein müssen damit der nächste schritt was jetzt ja logischerweise eine funktion ist es dürfen ja keine zwei ereignisse hintereinander sein dass diese funktion ausgeführt wird also erst wenn die zahlung eingegangen ist und die ware verpackt ist und der lieferschein vorhanden ist dann wird die ware versendet und so lesen wir dieses und bei der zusammenführung von mehreren pfaden ich kann auch in dem oberen bereich jetzt drei funktionen hinterlegen ja und ich habe jetzt hier logistik informieren ware verpacken kunde informieren und was jetzt hier gemeint ist ist wenn ich es mit einem und verbinde dass alle eingangs aktivitäten also alle diese drei funktionen abgeschlossen sein müssen damit dieses ereignis auch wirklich eintritt das heißt die ware ist versandfertig wenn die logistik informiert wurde und die ware verpackt wurde und die kunden informiert wurden dann ist die ware versandfertig nun können wir das ganze auch umdrehen wir haben vorhin gesehen wir können aus einem pfad drei machen ja oder zwei oder mehr als drei egal so was haben wir hier wir haben jetzt hier oben eine funktion und darunter drei ereignisse und wenn ich das mit dem und verknüpfe dann heißt es nachdem diese funktion ausgeführt wurde treten alle ereignisse parallel auf also gleichzeitig und damit habe ich jetzt eine parallele verarbeitung von drei zweigen ja also ich habe die ware entgegen genommen damit ist der kunde besitzer und zugleich ist die ware angenommen worden und zugleich ist die logistik entlastet weil sie das die verantwortung von dem von der ware abgegeben hat das heißt wir haben jetzt drei parallele zweige und die werden jetzt auch parallel ausgeführt ja also nach diesen drei ereignissen können wir jetzt drei unterschiedliche funktionen hinterlegen wir können danach diesen pfad wieder zusammenführen oder der ganze prozess könnte jetzt hier auch zu ende sein auch hier können wir das wieder umdrehen wir können vorne ein ereignis haben bestellungseingegangen und dann haben wir mit einem und gatter an der stelle wieder drei parallelpfade und das sind jetzt hier an der stelle jetzt natürlich wieder zwingend drei funktionen weil wir ja keine zwei ereignisse hintereinander haben dürfen also das heißt wenn die bestellung eingegangen ist dann gibt es den prozess oder die aktion lager bestand prüfen die aktion rechnung erstellen und die aktion kundenkonto belasten also alle aktionen werden nach dem ereignis parallel abgearbeitet und wir haben wieder drei parallele verarbeitungszweige und hier müssen jetzt zwingend auch drei weitere ereignisse danach kommen weil wir haben gesagt selbst wenn jetzt hier diese prozess beenden beendet sein würde muss am ende eines einer jeden kette oder eines prozesses hier ein ereignis stehen nun schauen wir uns mal das oder an in dem zusammenhang wir haben jetzt hier drei events oder drei ereignisse grafikkarte ist defekt mainboard ist defekt und netzteil ist defekt und jetzt haben wir hier ein oder und als nächste aktion als funktion wäre dann hier benannt kundendienst informieren und das heißt jetzt nichts anderes dass mindestens ein event eintreten muss damit dieser kundendienst informiert wird ja also es kann jetzt alles drei passieren oder nur zwei oder nur eine oder ein event muss stattfinden um eben den kundendienst zu informieren das wäre jetzt das oder und jetzt schauen wir uns parallel immer gleich das x ohr an weil die sind doch sehr ähnlich des ohr und des x ohr das entscheidende beim x ohr ist jetzt dass exakt ein event eintreten wird ja und zwar schließen sich die oberen events aus ja ich habe die die situation event ware ist nicht vorhanden oder das event ware ist teilweise vorhanden also sich die hälfte der bestellten waren ist da die andere hälfte nicht oder die ware ist komplett vorhanden es gibt keine möglichkeit dass zwei von diesen events gleichzeitig auftreten weil sie sich wie gesagt logisch ausschließen und dann würde man das eben mit einem x ohr verbinden jetzt kann man natürlich sagen man braucht dieses x ohr an der stelle nicht weil sich die events ohnehin ja ausschließen das heißt man könnte es theoretisch auch mit einem oder verbinden aber man würde hier um das ganze transparenter zu machen eben ein x ohr eintreten oder eintragen und ja jetzt haben wir halt hier die situation kunde informieren das halt weiß was jetzt sache ist ob die ware da ist oder nicht und damit haben wir hier ein x ohr sauber abgebildet schauen wir uns die andere situation mal an und zwar wir haben jetzt hier drei funktionen lkw buchen lieferwagen buchen oder wenn es ein ganz kleines paket ist auto buchen und auch hier ist es so dass es nur sinnvoll ist eine von diesen dreien aktionen durchzuführen weil wir diese diese ware eben entsprechend einmal transportieren müssen und das heißt wenn eine dieser funktionen eben ausgeführt wurde dann ist der transport geklärt beim oder ist es wieder ähnlich aber hier haben wir keine sich ausschließenden funktionen ich habe hier jetzt was ich den kunden möchte ich anrufen vielleicht eine andere abteilung würde ihm gerne schreiben oder an mailen also einmal klassischer brief einmal e mail und es kann hier durchaus sein dass aus versehen oder bewusst zwei verschiedene oder drei verschiedene kontaktwege verwendet wurden um den kunde zu informieren und dann würde man das hier mit einem oder hinterlegen drehen wir das ganze jetzt mal um das heißt wir splitten jetzt die den dem pfad auf drei weitere pfade und hier haben wir jetzt die situation dass der lagerstand geprüft wird und jetzt haben wir quasi die gleiche situation wie vorher war es nicht vorhanden war es teilweise vorhanden oder war es komplett vorhanden und das wäre jetzt hier wieder klassisch ein xor und im prinzip die gleiche argumentation wie vorher auch und beim beim oder haben wir hier den aktion eine defekte hardware wird näher untersucht geprüft und hier haben wir jetzt grafikkarte defekt mainboard defekt und netzteil defekt oder es können auch mehrere von diesen ereignissen eben eintreten insofern ist hier das oder die logische verknüpfung so jetzt drehen wir hier das auch noch mal um dass oben das ereignis steht und unten die drei funktionen also computer zurücksenden computer aufsetzen oder computer testen wenn der computer geliefert wurde aber jetzt haben wir hier ein kleines problem wir haben gesagt dass ein ereignis keine entscheidungskompetenz hat das heißt wir können jetzt in dem ereignis nicht die aufgabe zu ordnen zu entscheiden ob der computer zurück gesendet wird aufgesetzt werden muss oder getestet werden muss das kann das ereignis nicht weil das ereignis einfach nur ein zustand ist lediglich eine funktion kann entscheiden ob jetzt eine dieser drei pfade abgeklappert werden darf ja das heißt diese darstellung hier die ist ungültig also wir dürfen bei einem ein xor das aus einem pfad mehrere pfade macht kein ereignis am anfang stehen haben das ist so nicht gültig das muss anders modelliert werden dass wir quasi eine prüfung haben als funktion und dann drei ereignisse und dann können wir entsprechend das ganze weiter verzweigen so wie es hier dargestellt ist es falsch und es wundert jetzt auch nicht dass wir beim oder die gleiche situation haben wir haben hier auch ungültige eine ungültige darstellung weil hier auch die die das ereignis eine entscheidung treffen müsste ja also hier gilt auch so darf es nicht stehen sondern es darf bei einer oder oder xor verzweigung auf mehrere pfade nur eine funktion oben stehen beim und war das kein problem weil bei und hieß es ja alle pfade werden abgearbeitet und da muss sich nichts entscheiden hier muss ich sehr wohl also haben wir hier zwei ungültige darstellungen von einem splitting von einem pfad in mehrere ja dann gibt es noch ein paar weitere sachen die wir uns etwas genauer anschauen müssen und zwar haben wir jetzt hier wieder eine situation die problematisch ist und zwar ich habe jetzt hier die funktion lagebestand prüfen dann habe ich ein xor auf drei ereignisse und dann möchte ich das ganze wieder zusammenführen und da habe ich jetzt ein und verwendet das ist aber ein problem weil hier ist es ja so dass nur ein einziger pfad aktiv sein darf also entweder dieser der mittlere oder der rechte hier unten ist es allerdings so dass alle ereignisse eintreffen müssen damit es weitergeht es ist ja ein und gatter ja und das ist ein widerspruch das heißt hier hätte ich jetzt so einen deadlock geschaffen wo mein prozess einfach nicht mehr weitergeht und das gilt es auf jeden fall zu vermeiden das gleiche haben wir auch mit dem oder wir haben hier die situation dass mindestens ein pfad aktiv sein muss in dem fall zwei es können drei sein aber es müssen nicht drei sein und insofern habe ich hier wieder gleiche problematik dass hier alle eintreten müssen ich kann es oben nicht garantieren also hätte ich hier wieder so ein deadlock geschaffen also das gilt es auf jeden fall zu vermeiden und eine gute daumen regel wäre dass wir sagen wenn wir verzweigungen einbauen also das splitting von einem pfad in mehrere und es danach wieder zusammenführen wollen sollten wir immer die gleichen konnektoren verwenden also ich habe oben ein oder und unten ein oder und dann ist das an der stelle sauber wenn ich oben ein x-ohr hätte kann ich unten auch ein x-ohr reinbauen das wäre auch sauber es würde zwar funktionieren oben x-ohr und unten ohr aber wie gesagt ich würde hier an der stelle einfach mich nach dieser regel richten und immer sagen das obere und untere sollte immer gleich sein und da gibt es die wenigsten probleme dann gibt es noch die möglichkeit mehrere verknüpfungen nacheinander zu modellieren das ist zum einen um vielleicht die anzahl der pfeile pro verknüpfung bis hin zu reduzieren oder wie hier um eine ganz bestimmte funktion abzubilden und zwar wir haben jetzt hier die drei eingangs events grafikkarte ist defekt mainboard ist defekt netzteil ist defekt das heißt ich habe jetzt oder verknüpft und bei dieser oder verknüpfung ist es ja so dass mindestens eins dieser ereignisse eintreten muss damit es weiter geht und darunter ist eine unverknüpfung das bedeutet jetzt wenn mindestens eins dieser ereignisse eintritt dann werden alle drei funktionen im anschluss ausgeführt nämlich es wird neuer rechner bestellt der kunde wird informiert und der support wird informiert und da kann man dann eben auch beliebige kombinationen jetzt eben realisieren die müssen halt in irgendeiner form sinnvoll abarbeitbar sein und hier ist es natürlich immer wichtig dass wir eben auch darauf achten dass events keine entscheidungskompetenz haben und wir dann eben nicht in so einer unlogischen phasen dann entsprechend landen kommen wir zu den erweiterungselementen in dem fall jetzt die organisationseinheit die auch gerne mal gelb gezeichnet wird und hier geht es darum personen abteilungen firmen etc zu benennen also alle ja beteiligten die etwas ausführen können die werden mit so einer organisationseinheit abgebildet dann ist es wichtig das ist die meist die ausführende instanz einer funktion das heißt diese organisationseinheit hängt immer an einer funktion dran und wir ordnen sie mit einem ganz normalen strich also ohne pfeil und zwar durchgezogene strich an die funktion ran ungefähr so das nächste element ist das objekt und das wird mit einem ganz normalen rechteck dargestellt dass man üblicherweise blau zeichnet und ja hier ist es so dass sich damit informationen darstellen möchte material oder ressourcen ja also ein informationsobjekt sozusagen und man sieht mit unter in der literatur auch dass dann seitlich noch also links und rechts noch striche dargestellt werden um das noch genauer zu spezifizieren aber üblicherweise reicht es hier ein ganz normales rechteck zu zeichnen und aus dem begriff der dann drin steht wird klar was eigentlich gemeint ist wenn es sich um ein material objekt handelt dann kann es auch verbraucht werden und das würde dann mit hilfe eines pfeils dann dargestellt werden dann wenn es ein informationsobjekt ist kann es gelesen werden und auch geschrieben werden ja manchmal auch beides und das würde man dann mit einem pfeil dann symbolisieren dann das letzte element was ich noch besprechen möchte ist der prozess fahrt oder auch prozess wegweiser genannt das ist dann zum rechteck und dahinter versteckt sich dann wieder so ein sechseck das macht man gerne grau und das ist meistens vergleichbar mit einer funktion soll nicht heißen dass es eine funktion ist aber es stellt was entsprechendes da das wir uns gleich bei der beispiel implementierung beim beispiel prozess anschauen dann kann man es eben dann mit vergleichen wie ein eigenes eine eigene eigenes gesteuerte prozess kette und fungiert so ein bisschen wie so eine art unterprogramm so kann man sich das vorstellen dann steht es somit am ende des epk für den nächsten prozess das sehen wir auch gleich und dort wird es auch als benennung wieder am anfang hingeschrieben wird sich auch gleich klären wenn wir den beispiel prozess hinterlegen oder uns anschauen und wenn es am anfang der epk steht hat es keine funktionalität es ist einfach nur eine art label damit wir uns dort besser zurechtfinden sehen wir uns das mal anhand eines etwas größeren beispiels an das jetzt einfach nur beispiel charakter hat und ich habe hier wie gesagt die sachen dann auch etwas eingefärbt und dann sieht man eben hier schon ganz schön dass wir immer den wechsel rot grün rot grün rot grün und so weiter haben hier haben wir jetzt den beginn der prozess kette und wir sehen dass wir den prozess durch zwei mögliche ereignisse starten also entweder die bestellung ist eingegangen oder irgendein telefon gespräch wurde beendet mit dem kunden und dann wenn ich jetzt hier in dem rechten zweig bin dann ist die ausführende einheit an der stelle das telemarketing sage ich jetzt mal und die hat jetzt das kundengespräch eben abgeschlossen und füllt dann irgendwo im rechner diese bestelldaten elektronisch aus und wenn jetzt der kunde im linken zweig gewesen wäre dann hätte es gleich irgendwie über den web browser gemacht und die daten wären von vornherein elektronisch da ich führe jetzt diese beiden zweige zusammen mit einem oder oder im x ohr beides funktioniert wenn ich jetzt explizit aufzeigen möchte dass es eben nicht gewünscht oder möglich ist dass ich bei einer bestellung dann gleich nochmal kurz danach anrufe dann müsste es ein x ohr sein ansonsten ist ein ohr an der stelle eben ausreichend oder ja funktional sinnvoll dann geht es weiter wir haben jetzt hier ein x ohr und davor logischerweise jetzt eine funktion weil die funktion entscheidungskompetenz hat und somit eben auch entscheiden kann ob sie zwei da unten nach links oder nach rechts geht ja das heißt zahlungswunsch prüfen ist jetzt die funktionalität die jetzt beispielsweise die buchhaltung ausführt und danach geht es jetzt in die entscheidung ob ich jetzt nach links oder nach rechts und damit ist klar dass es x ohr in solchen modellen relativ häufig vorkommt weil man oftmals eben eine entweder oder verzweigung hat also eine stinknormale abfrage wenn man so haben möchte dann darf ich natürlich auch in unterzweigen weiter verzweigen ja also das kann ich beliebig ineinander schachteln das macht die sache jetzt nicht unbedingt übersichtlicher aber wenn es der prozess verlangt dann muss man es natürlich tun gut dann geht es weiter und jetzt schauen wir uns mal die zusammenführung hier an und zwar ich habe oben diesen splittenden connector so habe ich jetzt einfach mal getauft und unten werden diese beiden pfade wieder zusammengeführt also habe ich oben und unten jeweils ein x ohr eingetragen damit hier nicht in irgendwelche probleme ein reinkommen und hier habe ich jetzt ein ende des prozesses ja das heißt wenn ich jetzt hier ankomme dann ist der auftrag storniert und dadurch dass ich darüber also über diesen also dort wo die verzweigungen eben aufgesplittet werden immer x ohr habe heißt es auch nichts anderes als dass der komplett prozess hier zwingend eben zu ende ist weil ich kann ja an der stelle an diesen beiden x ohr verzweigungen immer nur links oder rechts gehen niemals parallel bei einem und beim oder wäre das anders hier könnte tatsächlich könnten zwei parallele prozesse entstehen oder prozesszweige und wenn dann eben ein dead end sozusagen ist dann würde nur dieser zweig eben beendet sein und der andere würde weiter laufen ja also an der stelle muss man sich immer relativ genau im klaren sein was man verwendet und deswegen auch von mir vorhin die aussage man sieht häufiger das x ohr weil wir an der stelle einfach die kontrolle haben dass es keine zwei parallelen zwei gegeben kann hier unten kommen wir jetzt zu den informationselementen die werden jetzt geschrieben der pfeil zeigt von der funktion auf die rechnung auf die bestellliste das heißt die werden dort geschrieben oder erstellt und damit ist klar dass sie hier entstehen die diese ganzen elemente dürfen wir dann später in weiteren prozessschritten dann noch mal wieder verwenden hier unten habe ich jetzt einen nachgeordneten prozess also ein prozess wegweiser das heißt wenn der auftrag frei gegeben wurde dann wird der unter prozess oder der folgeprozess der lieferprozess gestartet und den kann ich wieder in einer eigenen teil epk modellieren rechts sehen wir jetzt den lieferprozess den anfang und der wird hier eben auch mit so einem prozess wegweiser eben begonnen das ist das was ich ganz am anfang gemeint habe dass nichts zwingend das ereignis am anfang stehen muss aber dieser lieferprozess hat ja keine funktionalität insofern ist eigentlich das ereignis auftrag frei gegeben tatsächlich das erste was in dem lieferprozess ein element oder ein funktionalen element existiert was auch wichtig ist dass wir diese beiden ereignisse identisch haben ja das heißt der linke prozess der endet mit auftrag frei gegeben und der rechte beginnt damit und damit kleben wir die sozusagen mit diesem ereignis zusammen dann noch eine ganz interessante sache wir haben hier ein informationsobjekt das jetzt gelesen wird und das ist genau die bestellliste die wir vorhin geschrieben haben also hier geht der pfeil jetzt von der bestellliste in die funktion rein und das haben wir hier beispielsweise nochmal das lieferpaket wird oben geschrieben bei paket vorbereiten und bei paket ausliefern wird es gelesen ja das heißt dieses objekt sozusagen wird wiederverwendet was man üblicherweise nicht macht ist dass wir sozusagen dieses dieses blaue rechteck nur einmal hin zeichnen und dann mit mehreren pfeilen an die einzelnen funktionen anbinden sondern das läuft eher so wie wir es hier sehen das heißt wir haben hier keine beliebigen verkettungen und hier ist jetzt das zweite mögliche prozessende wo wir dann eben eigentlich den standard weg eben haben wenn das paket ausgeliefert wurde dann ist eben der gesamte bestellprozess abgearbeitet und das heißt mit ende des lieferprozesses ist auch der gesamte bestellprozess zu ende ja hier sehen wir das ganze nochmal von oben und ja also wenn man das schritt für schritt einfach mal durchgeht ist es gar nicht mehr so kompliziert also es gibt eigentlich relativ wenig was wir beachten muss wichtig ist dass wir die benennungen sauber immer haben mit diesen regeln die ich eben ganz am anfang genannt habe dann ist wichtig dass wir immer uns überlegen dass die ereignisse keine entscheidungskompetenz haben und somit nicht in der lage sind ein prozess aufzusplitten und dass wir auch keine dead ends oder deadlocks erzeugen wo wir eben beispielsweise oben mit einem oder mehrere zweige aufsplitten und unten versuchen es mit einem und wieder zusammenzuführen wenn man das beachtet dann ist diese ganze epk eigentlich kein großes problem mehr damit haben auch dieses thema abgeschlossen recht viel mehr gibt es auch wirklich nicht dazu zu sagen bisschen üben und dann ist das thema eigentlich überhaupt kein problem mehr und insofern ja bis zum nächsten video